Warst du schon mal hier? Ja, ja, vor fünf Minuten war ich schon hier. Liebe Eintracht-Fans, die Krombacher Runde, sie geht weiter. Und zwar in Ansgar Brinkmanns alter Stammkneipe, der Schwanheimer Bierstub. Hier wollen wir euch immer begrüßen und haben uns einen Stammgast ausgesucht. Haben lange überlegt, wer könnte dafür geeignet sein. Da kam nur einer in Frage, der über die nötige langjährige gastronomische Erfahrung verfügt. Unser Kulttrainer Steppi. Grüß dich. Prost, mein Lieber. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Schwanheimer Bierstub. Wie gefällt es dir? Wunderbar. Wunderbar. Unser heutiger Gast, von dem weiß nicht nur jeder Eintracht-Fan, wie viele Bundesliga-Spiele er gemacht hat, sondern jeder Fußball-Fan in Deutschland. Denn es sind 602 und wir begrüßen damit unseren Bundesliga-Rekordspieler Charlie Körbel bei uns. Charlie, grüß dich. Hallo. Charlie. Steppi. Sag mal. Willst du mir ein paar Spiele ausleihen? Ja, ja, ja. Du mit deinen 48 Spielen. 49. 49. 49 und drei Tore. Ein in Saarbrücken-Tor des Monats. Ja, das habe ich gesehen. Außenriss. Also. Obwohl du ja... Wenn du schießt, schießt er richtig. Wir haben uns ein paar Kategorien ausgedacht. Hier für die Grombacher Runde in der Schwanheimer Bierstub. Die eine heißt Souvenirs, Souvenirs. Und du hast dein Souvenir mitgebracht. Was hat es mit dem alten Schlappen auf sich? Schlappen sagen wir mal nicht, weil der hat ja Geschichte geschrieben. Und das ist ja der Schuh, der Linke. Linke Klebe. Ja, genau. Wo du nie geschossen hast mit der Linke. Steppi, das geht nicht. Du kannst jetzt sagen, ich war links immer stark. Das war zu gehen. Schuh zu gehen, links war immer stark. Immerhin habe ich das wirklich der Schuh, wo ich das Tor gemacht habe als junger Kerl damals gegen den MSV Duisburg. 75 im WP-Bokal-Final. Ja, das ist der Schuh, den hat meine Mutter aufgehoben. Und ich habe das dann dem Mazetoma gegeben. Der Leiter vom Eintracht-Museum, das steht im Eintracht-Museum, genau. Ja, das ist auch noch die besonderen Stollen. Also das ist genau so meine Nummer damals, wo ich zur Eintracht gekommen bin. Die habe ich selbst draufgeschrieben. Das ist die Nummer 12. Also das war meine Personalnummer bei der Eintracht. Das war überall auf dem Trainingsanzug mit drauf und auch auf dem Schuh. Heute schreibe ich auf meinen Schuh bei der 3D-Mannschaft 602. Also es hat sich geändert. Da weiß auch jeder, zu dem man gehört. Ja genau, es hat sich also total geändert. Ich bin total aufgestiegen. Eine andere Kategorie heißt vier kurze. Keine Angst, wir trinken jetzt keinen Schnaps, sondern wir haben vier Bilder dabei, Charlie, die deine Karriere so ein bisschen von vorne bis hinten Revue passieren lassen. Das erste finde ich besonders spannend, denn da hast du nicht selbst gespielt, sondern das war dein erstes Spiel als Zuschauer, als kleiner Bub im Stehblock im Waldstadion. 1964 Eintracht gegen KSC. Erzähl mal, wie es ausgegangen ist und was du danach über die Eintracht gedacht hast. Ja, mein Vater war ja, wie auch immer, schon immer Eintracht-Fan, weil ihm das gefallen hat. Die Eintracht, wie die gespielt haben, der war jetzt zwar nicht der Spezialist für Fußball, aber der hat zu mir dann gesagt, komm, wir fahren mal zur Eintracht. Hat er gedacht, oh, ich zeige meinem Sohn mal die tolle Eintracht und dann was kam raus? Und dann sind wir damals in zwei Stattungen gefahren. Wie Kloch und Klappstühle gab es damals. Wir waren ganz normal Stehplatz, war ja fast überall. Es gab ja diese Tribüne und fertig. Und da waren wir da gestanden, noch zwei Kumpels dabei. Und auf jeden Fall war es so, dass wir 7-0 verloren haben. Und ich habe damals zu meinem Vater gesagt, also zu so einem Verein würde ich nie gehen. Zum Glück hast du dich nicht dran gehalten. Für die Eintracht. Denn ein paar Jahre später gab es schon dieses Bild hier. Ihr hattet damals Höchst als Trikotsponsor. Und mit 569 Bundesligaspielen wurdest du Rekord-Bundesligaspieler. Und die Mitarbeiter der Firma Höchst haben die Zahl gebildet. Kannst du dich noch ans Spiel erinnern, was das für ein Moment war, was dir das auch bedeutet hat? Ja, das war natürlich ein Riesenspektakel auch. Bundesliga-Rekordspieler zu werden, das ist natürlich eine... Gegen wen? Weiß ich gar nicht mehr. Das war mir auch egal, gegen wen wir spielen. Mir war wichtig die Zahl und auch diese Geste von der Höchst AG. Javi, du hast dich nicht vorbereitet für diese Kumpelsgabe. Das finde ich auch ein bisschen schade. Aber du bist doch das Gehirn normalerweise, Stabil. Normalerweise müsst du das wissen, gegen wen das war. Deshalb habe ich ja nur 49 Spiele. Ich kenne jede. Du hast ja so viele und kennst keine. Aber ich habe nur gute gemacht. Du kannst dich nur erinnern. Ich habe alle gute gemacht. Ich habe ja gesehen, Steppi, wo du gekommen bist. Sonst habe ich dir sehr viel geholfen. Ich habe dir geholfen, da hinten ohne Ende. Ohne mich, nennst du nie was. Was denn? Ich weiß genau, wo du gekommen bist damals. Du hast eine hohe Qualität hier bei uns reingebracht. Und zwar damals mit diesem Anzug, wo du gekommen bist, mit dem Anzug, Nadelstreifen und mit dem Aktenkoffer. Aber was da drin war, das sagen wir heute hier nicht. Stange Zigarette? Jawohl, die ganze Stange Zigarette. Ich konnte nicht das so tragen. Also Steppi hat einiges mitgebracht. Er hätte dir vielleicht auch bei der Wohnungssuche helfen können. Denn darum geht es im nächsten Bild. Das ist die alte Haupttribüne am Riederwald. Und tatsächlich war das einige Zeit dein Hauptwohnsitz. Wie kam es dazu? Ja, das war super. Ich war ja damals 17 Jahre und hatte ja noch keinen Führerschein. Und es gab drei oder vier Apartments damals. Und die hat damals unser Geschäftsführer, der Jürgen Gerhard, hat das verwaltet. Der müsste auch auf uns aufpassen. Ja, und wir haben da drei Zimmer gehabt, eine kleine Küche. Und es war damals der Raimund Kraut, was er bei uns ja gespielt hat. Und der Schulz, der war für die Amateure gedacht. Und ich, wir drei. Der Riederwald, das war ja damals überragend auch für uns, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann, weil erstens mal kurze Wege waren. Und das war für uns der Raimund Kraut. Prost. Prost. Einmal eine Pause, müssen wir schon mal machen. Eine Riederwald-Tradition. Und der Riederwald. Krombach gewartet. Ja, aber es war natürlich eine überragende Zeit. Der Raimund Kraut war ja der Einzige, wo er einen Führerschein gehabt hat. Dann haben wir eins gemacht. Ach doch, habt ihr ein Auto gehabt. Capri, Ford Capri hat er gehabt. Du hast erzählt, dass er kein Auto gehabt hat. Ja, er war alles. Ich nicht. Ich habe den Führerschein damals gemacht dann. Wir werden sehr viel erfahren. Ja, und dann haben wir eins gemacht, Steppi. Das war wirklich auch Kult. Da haben wir gedacht, so, jetzt machen wir eins. Wir haben nachts irgendwo, haben wir vom Toni oder was den Schlüssel gehabt, weil er gesagt hat, ja, wir können uns umziehen und so. Da haben wir den Schlüssel gehabt. Und hier vorne, hier war das Kästchen für das Blutlicht. Und dann sind wir hingegangen, nachts, haben das Blutlicht angemacht und sind mit dem Auto um Stadion gefahren. Rennen. Rennen, Rennen um. Jetzt kommt es raus. Rennen um die Laufbahn. Ja gut, das fällt mir gerade eben ein, weil man das, das weiß, das habe ich bis jetzt noch niemandem erzählt. Deswegen musste einmal mehr die Tartanbahn erneuert werden. Ja, ich habe es auch gehört. Da müssen Sie die eigentlich nachträglich auch noch abziehen. Aber das war so. Jetzt kommt der Licht zu der Geschichte. Aber das war cool. Damals waren wir ja junge Leute und da gehörte das dazu. Mit Jürgen Gern bin ich von Belgrad nach Frankfurt gefahren und er hat mich also zu Hotel Klein in NKM gebracht und sagte, morgen Straßenbahn, zweite Stationrunde. Ich habe nichts verstanden. Ich habe Taxi genommen. Bist du in Offenbach rausgekommen oder was? Nee, ich habe Taxi genommen. Dann bin ich zu ihm und habe ich ihm Rechnung gegeben. Bevor du dich jetzt hier um Kopf und Kragen redest, kommen wir mal zum vierten Bild. Ein ganz aktuelles. Du mit Bernd Hölzenbein und Jürgen Krabowski beim DFB-Pokalfinale in Berlin letztes Jahr. Teile deine Erinnerung mit uns. Ja, das war natürlich eine gigantische Veranstaltung, was da abgelaufen ist mit unseren Fans. Es war nur schade, dass wir eben halt gegen Dortmund nicht gewonnen haben. Aber was da abgelaufen ist, und das habe ich auch in Abu Dhabi gesagt, das hat sich auch umgesprochen bis Abu Dhabi. Das war natürlich für uns drei, da unten zu stehen vor dem Spiel. Also da gehen einem so viele Sachen durch den Kopf, wo du sagst, hier oben warst du ja auch mal gestanden. Und ich habe ja das Glück gehabt, als Kapitän 88 den Pokal zu gewinnen mit der Eintracht. Das geht einem alles so ein bisschen durch den Kopf. Aber diese Stimmung, das war schon gigantisch. Obwohl wir verloren haben, das muss man sich mal vorstellen. Normalerweise machst du ja sowas, wenn du gewinnst. Die Stimmung von den Eintracht-Fans war nach der Niederlage besser, als die von den Dortmundern nach dem Sieg. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und auch die Helene Fischer konnte ja nichts machen, muss man auch sagen. Die hat man ja auch kaum verstanden bei den Pfiffen. Dann läute ich mal die letzte Runde ein. Wir wollen natürlich noch wissen, was steht an in diesem Jahr, was für Projekte hast du. Bist ja schon relativ ausgebucht. Eintracht Fußballschule, Eintracht Markenbotschafter, Eintracht Traditionsmannschaft. Gibt es auch irgendwas ohne Eintracht noch bei dir? Schläfst du ab und zu mal nass? Eintracht Bettwäsche, nein, das habe ich nicht. Nein, aber die ganzen Projekte, die stehen alle auch. Also Fußballschule in den Fähren, das steht. Markenbotschafterveranstaltungen, das werden wir auch etliche Veranstaltungen einfach auch haben. Jungs, das war sehr schön. Vielen Dank, dass ihr hier in der Schwanheimer Bierstub wart. Vielen Dank auch noch euch fürs Zuschauen und bis zur nächsten Ausgabe der Kronbacher Runde. Ciao. Meine Haare sind wunderbar. Steffi, du weißt, die Spiele gewinnst du hinten. Jawohl. 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 Jawohl.